Ho ho ho! Was ist denn heute noch mal für ein Tag? Lasst uns mal nachschauen! Oh mein Gott! Es ist Weihnachten! Yeah! Yeah! Woo! 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 Ja! Juhu! Yeah! Da ist aber kein Tesa drin. Papa, warum spielst du nicht mit mir Monopoly? Ich will Monopoly! Ich will Monopoly spielen und niemand will mit mir Monopoly spielen. Aber an Weihnachten muss man was zusammenspielen und ich will Monopoly spielen. Warum will niemand mit mir Monopoly spielen? Monopoly! Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein schönes Weihnachtsfest mit euren Familien und lasst euch reich beschenken. Hoffentlich kriegt ihr ein tolles Geschenk. Ich warte hier auch auf ein Geschenk. Hoffentlich kriege ich es vom Christkind. Bitte Christkind, ich will dieses Geschenk! Ja, oder wer kein Weihnachten feiert, dem schönen 24. Oder wer alleine feiert oder mit Freunden oder keine Ahnung. Weihnachten kann man ja sonst wie feiern. Aber genau, das wollte ich sagen. Und ich wollte noch ein bisschen was ankündigen und zwar, dass ich vielleicht in den nächsten Tagen noch ein Video drehen werde. Aber ab dem 28. bin ich auf einer schönen Reise und ich werde versuchen, jede einzelne Minute davon aufzunehmen. Und dann starte ich ein Video zusammen und dann gibt es ein cooles Video zum Neujahr über Silvester. Monopoly! 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 Wir haben auch so ein cooles Monopoly, ja? Äh, ja! Hallo, hallo! Spielen wir Monopoly! Ja! Warum nicht? Ich beschwere mich gar nicht darüber, dass niemand mit mir Monopoly spielen will. Mann! Alle sind so gemein zu mir. Keine Ahnung. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Ich will jetzt gar nicht so lange drum herum reden. Ich bin... schon wieder... Ähm, wir sehen uns dann vor dem neuen Jahr hoffentlich nochmal. Und wenn nicht, guten Rutsch! Frohe Weihnachten und... Party! Yeah! Yeah! Ja, ihr wisst, was ich meine. Äh, hü-hü-hü! Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020